Es ist ein denkbar tiefer Absturz, insbesondere für einen Royal. Prinz Andrew wird wohl selbst kaum glauben können, wie heftig sich sein Ansehen in den vergangenen Tagen verschlechtert hat. Und es geht noch weiter. Es droht ein Gerichtsprozess in New York. Virginia Giffrey, ein mutmaßliches Opfer in Jeffrey Epsteins Sexring, sagt seit langem, Prinz Andrew habe sie mehrmals sexuell missbraucht, als sie noch ein Teenager war. Prinz Andrew sollte in Panik geraten, er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Jetzt hat ein New Yorker Gericht ihre Klage gegen den Sohn von Queen Elizabeth II zugelassen. Die Anwälte von Prinz Andrew hatten gehofft, eine Einigung zwischen Jeffrey und Epstein für eine halbe Million Dollar würde ihren Mandanten vor einem Missbrauchsprozess bewahren. Der Prinz, hier mit Jeffrey zu sehen, streitet die schweren Vorwürfe ab. Wird er mit der US-Justiz kooperieren? Wenn er sich weigert auszusagen, würde die Klägerin letztendlich ein Versäumnisurteil gegen ihn für eine halbe oder eine ganze Million oder 10 Millionen Dollar beantragen, was auch immer es sein mag. Der britische Prinz kann Rechtsexperten zufolge zu einer Aussage vor einem New Yorker Gericht nicht gezwungen werden. Auch eine Haftstrafe ist bei einer Zivilklage nicht möglich. Anwältin Kleeman glaubt, Prinz Andrews beste Option, um ein Verfahren zu vermeiden, wäre eine außergerichtliche Einigung. Wird Virginia Treffrey, die sich für Missbrauchsopfer einsetzt, doch nicht vor Gericht aussagen und sich darauf einlassen? Ihr Anwalt sagt, eine rein finanzielle Einigung ist nichts, woran sie meiner Meinung nach interessiert ist. Kommt es zu einem Prozess gegen Prinz Andrew, soll dieser im Herbst dieses Jahres beginnen. Olympische Svennitz Anwalt Untertitelung des ZDF, 2020